Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Bezuchen Sie ihn eben! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Dieser Versager, dieser Schmarratzer! Ein paar Vanille, ein Faulpilz! Was hat er daraus gemacht? Alle Tafile müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphilist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Verrat an meiner Person! An meiner Person! Von Fägelein! Wow!